so enter password es war zu erwarten dass das kommt ja wir haben keinen hinweis glaube ich gibt es hier irgendwelche haben wir hinweise charming charming was the name of jack and ratzries ratzries lauders ratzry lauders gott fashion design business das heißt sie heißt rasch ratzry charmer englisch also ist die interin nehme ich mal so an oder bei dem namen könnte man denken zumindest so haben irgendwelche hinweise hier steht bloß also sind jetzt keine neuen kommentare dazugekommen vielleicht noch mal hier das foto post not reading don't forget anniversary flowers wir probieren einfach schau mal wer weiß vielleicht funktioniert das charmer charming wir probieren mal alles schau mal treffer welcome back jack lauder please choose an option below dass das jetzt funktioniert hat das hätte ich nicht gedacht muss ich zugeben gut checken dass man die mails missen jack that must be an oversight i'll look into it okay wer auch immer ethan g is uh hier ist die frau patterns and producers hello partner i got those shirt designs done i send copies out to the factory to get fit samples made and guess what i got them spend an hour on the phone with telecharge but i got the tickets orchestra seats too i'll meet you at the office at six no excuses this time love rat es lustig dass auch als frauen kurzen arme gilt na gut from tomo special offer for your network and protection needs contact tomo das hat mir doch auch schon bei uns drin noch mal ivan g das scheint öfter vorzukommen jay this is strange the rates do seem unusually high i will look into it was for rates then on can you lose shipping miss mr lauder how are you your goods are packed and ready to ship wire us the funds and we'll get it on the next boat kenny are you are right jay your instinct was right something is right with this deal all the wire transfers left to different places and nobody answers the phone at any of them my accountant sense is tingling don't panic jack i got to the bottom of this see you at temple at tonight okay der ethan der ist bestimmt noch wichtig dem aber bestimmt noch irgendwann mal sprechen könnte ich mir vorstellen so die rasch hello hello the fit model kasselte gern kern kassi b anymore jungs das okay will just have to find someone else don't forget we're having dinner at the gold waters tonight love rat gut mauer nach unten wie viel haben wir denn da noch wo sind noch ein paar okay ethan g trouble call me now we need to talk meeting jay okay i got you into this mess i will get you out of it i'm meeting with jdm tonight do not write him any more checks until you hear from me if he wants to play hardball will he picked up the wrong guys to mess with he picked the wrong guys to mess with jdm a rotten deal hmm this was worth looking into ich sag ja der ethan er wird noch von bedeutung und ich glaube da haben wir jetzt einen anhaltspunkt gefunden so kenny lu money transfer ist der kenny vielleicht der um den es geht jetzt dabei mr lauder how are you we're still awaiting payment transfer from you your goods are taking up space in our warehouse please submit the monies as soon as possible or we will be forced to liquidate them ken and from roughnet admin undeliverable to jack lauder from roughnet admin the following message was undeliverable reported error was subscriber rst no does not exist on roughnet ach er wollte uns eine nachricht schicken und hat nicht stone geschrieben sondern hat sich verschrieben okay wahrscheinlich hätte er uns darin ein bisschen was erklärt message is as follows hello rabbi stone it's been a while i hope i got the correct email address no doubt you're surprised to hear from me i'm not sure why i'm writing either i'm often i often think about what you said it still angers me but i can understand your motives you looked at us and said nothing is worse than when jews turn their backs on one another i can still remember that look in your eyes sheer contempt like we were the worst sort of scum that ever crawled out of the ocean i love my wife forever stone she's my partner in everything i regret nothing nothing that is except you i hated you for years i hated you we both did i joined another temple with a rabbi who was willing to marry us and tried to forget about you but when i found myself in trouble and in need of guidance i could think of nowhere else to turn you called me a traitor once do you still feel that way i've seen traitors i've seen jews turn their backs on other jews it's not pretty it's awful i'm not like them time has cooled my hatred has it done the same to you i need to speak to you i feel like i am 12 years old again preparing for my bar mitzvah and needing help with my torah portion i know i didn't marry a jewish girl or go to temple every week or keep kosher or do any of the many things we're supposed to do but i always have known i was jewish is that enough i'm not a traitor rabbi i have never forgotten i'm jewish jack lauder okay also bei ihm scheint das wohl doch ein bisschen stärkere spuren hinterlassen zu haben und offenbar war es einfach so dass weil er sich in eine inneren verliebt hat und sie natürlich keine jüdin war sondern wahrscheinlicherweise hindu dass er sie nicht heiraten wollte vermelden wollte der rabbi stone und vielleicht ist das schon alles worauf sich dieser ganze streit begründet hat wer weiß er ist vielleicht einfach ein sehr konservativer rabbi kann ja sein so schauen wir noch mal bei letter rein recent transactions joe de marco 500 dollars personal there were a lot of personal checks written out to a joe de marco i wonder who he is merken goldberg and weiselbaum 200 accounting i recognize the name it was a clothing store oh ich habe aufs falsche gedrückt glaube ich evidently they bought products from jack and paid for it properly all cut and dry there was nothing unusual here ja ich bin auf macy's gerade gekommen glaube ich it looked like jack hired an accounting firm okay in moda of broadway i recognize name it was clothing store selbes spiel schon wieder das hat mir gerade eben schon out joe de marco schon wieder ja ach so das bleibt bei derselben nachricht okay aber noch hier unten grayson sportswear das ist wahrscheinlich auch nichts weiter ja gut also haben wir noch den namen joe de marco der hier noch eine bedeutung hat und lose shipping das ist auch interessant war das nicht hier von lose shipping this payment went out to shipping company nothing unusual about that okay dann nicht joe de marco wieder moda auf broadway ist wieder einfach nur eine firma wahrscheinlich wir schauen mal kurz hier rein ach so die accounting firm das hat man ja auch okay hier unten haben wir noch mal was bestig war bestig war sounded like name of the synagogue it looked like jack decided to stay devout after all die wald ich glaube die wald keine ahnung vielleicht könnten wir dort mal vorbeischauen wie wär's denn damit das wäre eine möglichkeit denke ich okay an der stelle manchmal mal eine ganz kurze unterbrechung combine clues to dragging one on top of the other okay und ich war an der stelle noch mal wie gesagt eine kurze unterbrechung wir sehen uns gleich wieder bis gleich okay dann wollen wir unsere hinweise mal anschauen clues jdm joe de marco ziehen wir das doch mal aufeinander joe de marco jdm das gott to be it ach nee wirklich und ich bin dann lockt klug weiß smart or clever schön haben wir mal wieder ein wort das zusammen gehört joe's meeting with ethan wenn wir mal ethan g drauf packen the jdm in ethan's letter had to be joe de marco das wissen wir doch schon ach so was haben wir denn hier jack lauder received an email from ethan g with described which described a meeting with a jdm in jack's letter there were several personal checks about made out to joe de marco it's reasonable to assume that jdm and joe de marco are the same person ja soweit ist klar hast du mir jetzt quasi alle hinweise die ich hab noch mal vorgelesen ach nee mehr über den ethan g herausfinden ja das bild ist wir haben keinen nachnamen ne jack laudas ledger show server blablabla das wissen wir ja okay können wir über die frau vielleicht was rausfinden ich weiß es nicht auf jeden fall gibt es hier jetzt erst mal eigentlich nichts mehr was wir machen können ich glaube das haben wir soweit abgearbeitet noch mal mit ihr sprechen weiß nicht ob das das bringt du können sie mal probieren schauen wir einfach noch mal rein so da hat es mir gerade die lokale festplatte vollgehauen da war sie komplett zu und es hat mir die tonspur gesprengt am ende aber ich habe nicht viel gemacht bis ich mitgekriegt habe dass dem so ist ich habe nur das gespräch hier mit der mrs lordor geführt und ich glaube wir sollten unsere notes noch mal konsulten können um noch mal zu hören was sie dazu sagt do you know if your husband did any business for the man named even 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 the name sounds familiar but i can't place it i'm sorry to be honest i didn't really keep up with the business side of things is he involved hard to say okay wunderbar funktioniert also alles noch mal wir können es uns alles noch mal anhören diese drei punkte hatten wir dass wir hinten das hat sich jetzt im gespräch ergeben denn joe de marco ist hier zumindest ein kleines bisschen bekannt have you ever heard of the name joe de marco joe 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 yes i've heard of joe he was one of our first investors he invested in charming yes why did you need an investor well we didn't have much money to start the business with all the banks saw us as a poor risk so we needed independent investors have you ever met joe jack handled the money stuff although i know jack didn't like him why not he didn't say he just didn't like him but we were desperate so we had no choice how do they meet each other i think they were introduced at the temple of all places at temple so joe de marco is jewish maybe why de marco is not a very jewish name and that's important to you is it not to me no but it's certainly significant ja ist ja eher unüblich also meistens ist es ja so dass personen die ihre jüdische tradition behalten wollen oder ihre herkunft hochheben dass sie dann auch die jüdischen namen behalten ist natürlich nicht immer so manchmal werden sie auch weggegeben die namen aber de marco klingt ja eher so italienisch und ja das ist ja doch ein anderer kulturkreis ist ja eher ein katholisch geprägter kulturkreis allerdings was ich mir so dabei gedacht habe als ich das hier gelesen und gehört habe vielleicht hängt er irgendwie mit der ist natürlich auch jetzt wieder schön stereotypisch dass man bei dem itaker so verzeihung itaker bei einem italiener tschuldigung sofort an mafia denkt aber da sie sich ja geld geliehen haben offenbar von ihm beziehungsweise er ein investor war das hat vielleicht auch was mit ja mit kriminellen machenschaften zu tun also vielleicht hat ihn deshalb nicht leiden können aber ist trotzdem so hingegangen immer wieder denn vielleicht wurde er dann einfach erpresst weil er das geld nicht zurückgezahlt hat dass sie sich mal geliehen haben oder sowas könnte ich mir vorstellen und das wäre guter mordgrund du weißt du etwas über ethan g mit joe de marco ethan g? der Name klingt sehr familiar, aber ich kann es nicht platzen, ich bin sorry gut, aber wir haben noch eine sache, joe jewish. you really think joe de marco is jewish? i told you i have no idea ok mehr gibt es dazu nicht rauszufinden und dann können wir uns auch wieder zurück in unseren tempel ich werde jetzt verlassen, ich werde sehen was anderes ich herausfinden kann danke, ich glaube so schauen wir mal joe de marco ich glaube es wurde zusammen, ah, zusammengeschrieben, ne schauen wir mal joe de marco resulted in over 10.000 results please narrow your search na toll das ist ja super wieso gibt es dann eben denn so viel so, dann müssen wir noch mal kurz rausgehen ich check noch mal kurz meine hinweise so, richtig geschrieben habe ich ihn auf jeden Fall schon mal ethan g wird wahrscheinlich zu unspezifisch sein, nehme ich an jack lauder's letter showed several personal checks written out on a joe de marco jack lauder received an email from ethan g with described in my meaning in jdm in jack's letter, blablabla it's reasonable to assume that jdm and joe de marco are the same person, das ist klar according to retry jack met the mysterious joe de marco at temple does that mean joe is jewish? de marco doesn't sound like a jewish name, but anything is possible da das problem ist, was soll ich den eingeben in den computer außer joe de marco, mehr weiß ich doch nicht jack lauder received a few urgent emails from ethan g, i need to find out more about this person das wird aber wahrscheinlicherweise zu unspezifisch sein, oder? wenn wir jetzt ethan g eingeben mal schauen sorry, there were no entries for ethan g, das dachte ich mir nur ethan wird wohl auch zu wenig sein ja so, jetzt nochmal joe de marco ich probier das gleich nochmal ja, was soll ich denn da jetzt machen, ich hab keine ahnung, ehrlich gesagt mit jdm komm ich wahrscheinlich auch nicht weit, ne? ne, das hätte mich jetzt auch gewundert aber wir hatten doch ich würd denken wir haben irgendwo gelesen wie die, wie der temple hieß den äh jack besucht hat ich weiß es aber leider nicht mehr mehr hinweise haben wir auch nicht, ne? können wir nochmal ich geh nochmal kurz zurück zum Dingens ich will nochmal kurz in der Modefirma vorbeischauen vielleicht haben wir da nochmal einen Hinweis darauf, wie der Tempel hieß das wäre jetzt grad so eigentlich das einzige, was mir einfallen würde, wie wir irgendwie weiterkommen könnten brauchen wir auf jeden Fall den Namen des Tempels so, was war denn mit dem Canilu? der war doch auch irgendwie, vielleicht hat er auch einfach das Geld gefehlt, deswegen war der vielleicht ein bisschen ungehalten denn mit Canilu schien ja dann doch alles in Ordnung zu sein, irgendwie, ne? äh, ne das war ja bloß die Nachricht an ihn da steht ja nicht drin, in welchem Tempel er jetzt ist so, glaub ich zumindest, ne? ne, another temple steht bloß da, ok, dann machen wir das mal weg ähm, 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 ähm mal kurz nach oben der Ethan die Ratsch So, ähm, Ethan Kenny Ethan, Ratsch ne, hier steht nichts bei den Ledgers vielleicht Goldberg und Weiselbaum das war bloß die Accountingfirma, ne? ja joe de marco bestig war das wollte ich doch glaube ich genau sounded like the name of the synagogue bestig war it looked like jack decided to stay devout after all bestig war kann ich mir das merken bestig war bestig war ich könnte wenn ich schreibst dann falsch oder so aber ich glaube ich habe es relativ gut vor meinem geistigen auge gerade stehen das wort oder den namen so probieren wir es doch mal wenn man da schon den hinweis auf die synagoge haben über joe de marco direkt finden wir ja auch mal nichts raus wenn der name so selten ist frage ich mich aber wieso so viel in dem computer drin steht oder in dem system na gut das war dazu müssen wir doch jetzt was finden oder bestig war synagogue kontakt information wunderbar aber eine neue adresse tief rabbi amos selig gut das schauen wir uns dann gute investigative arbeit rabbi stone rabbi was auch immer nein war ja nicht halt zu schwer jetzt zugegebenermaßen